writing story writing story writing story macht euch bequem ich erzähle euch jetzt eine feine geschichte die mir der asso vor zwei tagen erzählt hat mache noch kurz mal ein bisschen musik muss ich verschwinden nach da hinten bin schon wieder da der also ist auch aus meiner crew und er hat sich noch an sachen erinnert die ich total verdrängt hatte also der also hat in berlin in der rieke straße gewohnt in dem alten haus ganz oben im vierten stock und da das sein domizil und von da aus der scheiße gebaut und schönen faxen gemacht auf jeden fall vier stockwerke runter im treppenhaus alles voll mit text von mir von ihm von anderen von allen die hat mal da im treppenhaus irgendjemand besucht haben da ok jetzt kommt der also meiner hause und wundert sich hey da ist doch ein neues tag und das ist ja auch von der crew die hier gerade aktiv ist und er denkt ja was macht die meinem treppenhaus entweder kennt die jemand im treppenhaus oder die haben sich verirrt auf jeden fall nicht auf mund gefallen schreibt darunter irgendwie was macht ihr oder oder cool oder irgendwie so kommunikationskommunikationsstart paar tage später steht daneben auch was hey cool und dann haben die da immer hin und her geschrieben auch so lass mal treffen da und da und so und so viel uhr jetzt weiß ich nicht ob die sich echt getroffen haben keine ahnung auf jeden fall fand ich ja die geschichte schon mal richtig hat dass die da so kommunikation führen im treppenhaus ihr könnt euch auch vorstellen treppenhaus bunt hat keiner weggepunst dritten stock manchmal bin ich sogar noch auf dem hand diese handgeländer darauf gestanden um extra noch ganz oben dran zu machen also ja so ist es noch mal so neben schwenk andere geschichte also so bei so krassen berühmtheiten aus berlin adrian nabi manche kennen ihn vielleicht der hat ja auch hier was der hat viel für graffiti in berlin gemacht bei dem war bis 200 meter zu seinem haus war alles von der u-bahn bis 200 meter zusammen aus waren alle relevanten writer am start level oxbow was weiß ich und dann kurz stopp kurz vor seinem haus okay beim also war es im haus drin gut ich hatte so ein güterzugjagd gesehen so gefunden und es war in berlin die ist zeit gallery hier also wir sind jetzt ostseite hier ist die gallery die mauer und dann ist hier die waschauer brücke wo alle drüber laufen hier ist westen hier ist osten friedrichshain jetzt konnte man von der waschauer brücke über so eine kleine treppe runter auf so ein gelände wo so ein betonwerk war und da sind auch dann hier so schienen reingegangen eingefahren oder man konnte außenrum von der east side gallery da waren da so ein rockabilly schuppen und so industrie schuppen konnte man so reinlaufen das war eigentlich easier und auch dieses gelände ich glaube da ist jetzt auf dem gelände die berliner haben es bahn gemalt die haben keine güterzüge gemalt das fanden die total uncool und ich fand halt cool weil da konnte ich am sonntag nachmittag da hat keine gearbeitet mich raus starten mich festhalten eine güterzüge und ich hatte auch diesen traum es gab mal eine hct crew aus hannover die haben das ganze system gekillt also heißt jeder waggon war voll mit ihnen es gab keinen sauberen mehr und es war ein wieder der traum das system sprengen und ich dachte komm hier güterzugssystem von dem betonwerk da ist eigentlich sprengbar weil es war glaube ich auch ein privatunternehmen also da stand immer das unternehmensname drauf und das war nicht viele das waren vielleicht 100 wagons die sind halt rausgefahren irgendwo anders hin haben kies geholt oder kies gebracht ich habe es nicht drauf gehabt auf jeden fall wenn du da ein bemalt hast dann hast du in zwei tagen in zwei wochen irgendwie wieder gesehen und ja wenn mir langweilig war und ich eine neue skizze oder idee hatte und mir war oft langweilig dann bin ich dahin und hab da mal was angemalt und in der zeit damals sind gerade so diese graffiti videos rausgekommen von hard to burn dirty hands und so und wir wollten unbedingt auch nur eine irgendeine aufnahme so bewegende bilder von uns haben ich muss mal drauf lang sonst stoppt die kamera automatisch kannten aber keinen mit einer kamera damals gab es keine handys damals gab es keine campcorder vielleicht vhs vhs gab es halt das ist so zu fette kassette dieses aufnimmt und super 8 aber super 8 materialwahl teuer und die die kameras die die haben viel geld gekostet also und dann gab es ja kein schnittsoftware dazu sondern du musst es echt dieses band echt zerschneiden so und zusammenkleben das war alles weit weg weit weg war das und ein kumpel den galle so ein hesse der war bei uns in der kuh der hat nicht gemalt aber da war bei uns in der kuh und der hat eine vhs kamera und wir dachten halt wir wollen eine geile action live action aufnahme haben mit kamera und wie wir so ein güterzug machen und dann sagte ich komm da lass uns direkt ein holkar machen das geht doch da an der stelle kein problem da gab es solche güterzüge die waren dafür dass man so sand oben rein schüttet und dann unten macht man so klappen auf und dann geht das sand raus also an der seite richtig klappt klappt und dazwischen so ein schlitz und richtig hoch also suchen ist ein mensch so hoch ist ein mensch und da ging es noch weiter und jetzt dachte ich halt geil machen wir unsere drei group buchstaben hier im holkar drauf sagt 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 bisschen scheiße weil dazwischen war dieser schlitz und ich muss immer drauf drücken sonst hält die kacke an ja habe ich drauf gedrückt ja und was sollte ich sagen ja mich natürlich nicht um eine leider gekümmert die anderen auch nicht wir haben einfach dosen gehabt und los geht's und auch immer diese new york gedanke es reicht beim anderen auf die schulter zu steigen das ist doch geil genug und dann oben festhalten am güterzug und dann unten so kannst du mal ein meter nach rechts gehen okay alles klar super nochmal okay alles klar das hat gereicht nach rechts mal ist ja einfach blöd ist es halt wenn du oben stehst und dann nach links machen muss mit der linken hand deswegen ist eigentlich immer gut wenn du mit beiden händen gut umgehen kannst mit der dose ja wir sind dahin haben uns gedacht jetzt bei filmaufnahmen gemma sonntag abends 19 uhr deine ist bestimmt keiner da sind dahin mit dem galle der mit grafiti nicht viel am hut hatte aber diese kamera ist zeit gallery am rocker schuppen vorbei dann kommt nur noch hier diese schienen wieder rein sind und dann haben wir ein bisschen geschaut was da los sind ein zwei meter rein und dann waren da geräusche und da standen hat ganz viele rein also so fünf rein und je sechs waggons und du konntest nicht sehen was da jetzt abgeht und wenn du dich auf den boden legst hast du vielleicht zu drei vier meter gesehen aber nicht was da jetzt los ist und wir haben uns jetzt so vorbereitet und wollten jetzt nicht nach hause gehen aus dem waren wir ja mit der crew unterwegs und der rückzug geht gar nicht haben wir uns halt so hingehockt gehört inne gehalten und dann haben die auch inne gehalten die haben uns nämlich auch schon gehört wir sind davon reingestolpert haben beide inne gehalten und dann ruft einer von den leuten die da drin waren wer seid ihr und da so halt auch so als berliner der seiten ihr und da ging es halt so immer hin und her und wir wussten okay das können keine cops sein und keine securities und keine bauarbeiter die reden eine ganz andere sprache da gehen wir jetzt mal hin und die halt auch so der interesse halber da gehen wir auch mal hin okay junge leute in unserem alter ganz klar auch maler die an uns das auch erkannt er auch ganz klar mal okay wer seid ihr denn was mal der denn jetzt sagten die die man so eine crew ich weiß nicht mal genau tbs oder tds auf jeden fall es war die gleiche crew name wie beim asso im treppenhaus da aufgetaucht ist und er also gleich hey da gibt es einen von euch der so und so der hat bei mir ein treppenhaus geteckt und dann meldet sich einer von den ja mann und da gibt es einen von euch der asso der hat geantwortet ja dann kam halt raus dass der typ beim asso nachbar ist im treppenhaus einfach wohnt entweder neu eingezogen ist auf jeden fall da wohnt gut haben die sich kennengelernt nachbarn das war es dann auch schon die haben ihr ding gemacht wir unser ding wir wollten ja diesen holkar machen ich habe mich ganz langsam lange konzentriert wie ich das jetzt macht weil ich musste auf die schulter steigen und schön vorzeichnen und so wird ja gefilmt ja drückt man mal drauf dass auch ja aufgenommen wird auf jeden fall lange rede kurzer sinn die aufnahmen waren richtig scheiße weil diese alte vhs kamera konnte in der dunkelheit nicht gut aufnehmen es war zu dunkel dafür und war die aufnahmen konntest du in die tonne glocken ja war für die katz aber es hat spaß gemacht okay das war's jetzt noch mal für leute die in der nähe von stuttgart wohnen und bock kam mich live zu sehen ich mache ja mit mc brutal und mcx brot so eine kneipentour und zwar am freitag 15 november in der kneipe wikinger in stuttgart und am tag darauf am samstag 16 november in der kneipe zum lustigen augustin da haben wir schon mal eine testreihe gemacht zwar geil und dann gibt es noch mal im dezember freitag der 13 dezember im matahari und dann noch kurz vor weiter weihnacht der freitag der 20. im kap tasmantoso ja und dann bringe ich ja noch einen neuen song raus am 22 november hier hüpfen 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 ich mache jetzt auch morgen ein praktikum in so einer trampolin halle da habe ich auch schon so das t shirt von denen an hier hüpfen weil ich will mir das jetzt genauer ansehen wie das ist mit dem hübsen ich habe bock auf hübsen also leute schreibt mir in die kommentare wenn ihr euch in der gegend auskennt auch dieses güterzugjagd kennt oder wenn ihr auch gerne hübsen bis dann heidi ho schöne woche ich hoffe das hat es jetzt aufgenommen jetzt mache ich einfach mal auf ende gelegt